strong jetzt mal no cap ich ich gehe auch immer mutig in dms aber bei dms wo du eigentlich so aussieht als wärst du ein kellner ohne jetzt ein kellner zu disrespekten aber ich habe auch schon zum beispiel der mutter von den kardashians geschrieben und danach habe ich so 30 bilder geliked weil das kannst du ja nicht übersehen also ich werde ja 100 prozent einmal angezeigt die muss nur in dem moment an dem handy sein und dann geht sie aufs profil und wenn ihr das profil dann vielleicht gefällt sitze ich im flieger nach l.a. und dann heißt es keeping up with the kardashians falscher ehrgeiz ja und deswegen bist du hier und hat geklappt du siehst ja dass ich hier sitze nein aber willi masterclass und das könnt ihr bei diversen sachen machen also lüge wenn sie es am nicht sehen ist ne lüge 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 mit 400 und Untertitelung des ZDF, 2020